Noch 11 Mann hoch des toten Mannes Kissen. Boah, was stinkt da denn drauf? Oh, da kommt einer. Kommt noch einer. Ach nee, da gebe ich doch nicht. Oh, da kann doch nicht mehr sein. Hallo Klaus, was machst du denn hier in der Schraubsteinhöhle? Ja, hallo, hallo, Erwin. Lange nicht gesehen, guck mal. Mit meinem Bein, das ist doch die letzte Scheiße. Ich wollte gucken auch, genau wie du. Ja, ich wollte auch gucken hier, ja. Unglaublich, ne? Ja, das klingt ja... Gatolomiten! Nein, wie heißt die nochmal? Termiten oder so? Die hängen da vorne an der Decke und hat mich noch bekloppt. Ja, du bist ja ganz schön belesen. Ja, ich habe auch einen belegenen Kurs mit der Volkshochschule. Bitte, ich habe nicht verstanden. Warum lacht ihr hier jetzt? Na ja, ist egal. Ja, ach, Volkshochschule. Ja, sie haben doch gerade gelacht. Ja, welches Zimmer? Was? Zimmer 14. Nee, ich habe gefragt welches Zimmer. Ja, Zimmer 14 sag ich. Ach, Zimmer 14. Ja, Zimmer 14. Ja, war ich noch nicht drin. Ja, aber... Ne, tschüss. Wie, warum denn so abrupt wieder? Ja, ne, ach, ähm... Ja, hab ich aber jetzt keine Lust mehr. Wieso denn? Nein. Nein, nein. Da haben wir was nicht mitzutun. Nein. Nein, das ist auch noch ein komischer Typ. Nein, du brauchst auch gar nicht. Nein! Gar nicht! Ja, bleib doch hier! Ja, was soll das denn? Ja, bleib doch hier! Erwin! Bleib hier! Erwin! Lass mich hier nicht alleine, der Traumseidehöhle! Hallo! Auf die Kobaltenwerter und mich hier raus, ich kann nicht mehr. Das stinkt ja vielleicht morsch! Naja, vielleicht singen. Oh, Ratzenklo, Ratzenklo... Nee, das ist doch... Da kann man immer ein bisschen, um sich nicht einsam zu fühlen. 13 Mann aufs Toten. Damit strprove peut-être ist doch gar nicht gesblendet! Kein Weesh Vielen Dank.